Alles ist bereitet also für ein großes Finale dieses 9. World Challenge Cups in Moskau im Bankettsaal des Kreml. Da werden auch die Wertungsrichter vorgestellt, angeführt von Karl Breuer aus Deutschland, den Sie ja eben schon gesehen haben, vom Vorsitzenden, dem Präsidenten des Weltverbandes, Larissa Davidova aus Russland, Herrn Fletch aus den USA, Fredy Novak aus Slowenien, Viktor Popov aus Russland, David Simon aus den Niederlanden und Taljad Tarsinov aus den USA. Das sind also die Siebenwertungsrichter, die hier die Plätze zu vergeben haben. Und das Finale dieser besten 6-Fahre beginnt natürlich mit dem Cha-Cha-Cha. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik Nach dem Cha-Cha-Cha Da waren die Wertungsrichter sich einig. Brian Watson und Carmen bekamen von allen sieben jeweils den ersten...